Liebe Mitglieder, das hier auf meinem Handy ist ein Kompass. Und wenn der funktioniert, dann kann man sich gut orientieren, man weiß, wo man steht, verläuft sich nicht, man weiß, wohin die Reise geht. Wenn der Kompass aber kaputt ist, verliert man sein Ziel aus den Augen und im schlimmsten Fall streitet die gesamte Reisegruppe über die richtige Richtung. Das passiert seit einem Jahr in der GWOP. Der Kompass unseres Vereins ist kaputt. Der Kompass für unsere Werte und Ziele ist kaputt. Wir irren uns nicht empor, wir irren umher. Und wir geben ein denkbar schlechtes Bild nach außen ab. Das ist ein Führungsproblem. Woran liegt das? Der Vorsitzende, Holm Hümmler, hat sich verlaufen. Ich bin seit rund einem Jahr Mitglied im Vorstand und erlebe seit fast einem Jahr, wie Holm und seine Unterstützer eine GWOP formen wollen, die in eine ganz andere Richtung geht. Weg von unseren grundlegenden Werten, weg vom wissenschaftlichen Skeptizismus. Team Hümmler formt einen politisch motivierten Verein. Ein Verein, in dem bestimmte Themen aus politischen Gründen ausgeklammert werden sollen. Ein Verein, der Angst hat, dass er ein politisches Label aufgedrückt bekommen könnte, weil man die falschen Fragen stellt. Das ist aber keine Skepsis mehr, das ist ein opportunistisches Kleinmachen unseres Vereins. In einem gesunden Verein würden wir über Richtungsänderungen offen diskutieren. In einer wissenschaftlichen Community wäre das auch völlig normal. In der GWOP wird die Diskussion unterdrückt. Und wer sie führen will, muss persönliche Angriffe fürchten. Jetzt frage ich mich aber, wie wir offen über unseren Kurs diskutieren wollen, wenn diese Frage schon im Vorfeld als Nestbeschmutzung, Vereinsschädigung oder gar als rechts-, neurechts- oder ultrakonservativ etikettiert wird. Wir haben Holm und sein Team für dieses Verhalten kritisiert. Für den autoritären Führungsstil, für die ideologische Parteinahme, für die toxische Atmosphäre. Ulrich Berger aus dem Wissenschaftsrat hat den Antrag eingereicht, Holm auf der Mitgliederversammlung am 11. Mai in Augsburg abzuwählen. Der Vorstand hat darauf in seltener Einigkeit reagiert. Wir alle möchten den Weg für Neuwahlen des gesamten Vorstands freimachen. Für die GWOP liegt darin, eine Chance für einen Neustart. Mit einem neuen Vorstand, mit wertschätzender Führung und einem funktionierenden Wertekompass. Ich habe dazu in den vergangenen Tagen und Wochen mit vielen von euch gesprochen. Ich habe mit meiner Familie gesprochen. Ich habe mit Freunden innerhalb und außerhalb der GWOP gesprochen. Ich habe mit dem Wissenschaftsrat gesprochen. Und viele haben mich ermutigt, zu kandidieren. Ausschlaggebend war für mich am Ende ein Gespräch mit Amadeo Schama, dem langjährigen Vorsitzenden, der die GWOP kennt wie kein anderer. Auch Amadeo hat angeregt, dass ich am 11. Mai auf der MV für den Vorsitz kandidiere. Ich weiß, dass das eine große Aufgabe mit viel Verantwortung ist, aber die GWOP ist mir halt auch sehr wichtig. Und deshalb kandidiere ich für den Vorsitz und möchte euch auch erklären, was das bedeutet. Drei Dinge sind mir wichtig. Erstens, ich will einen anderen Kurs einschlagen. Einen Kurs, der zurückfindet zum offenen Diskurs, zu einer inklusiven und toleranten Kultur. Ich will eine GWOP, die Vielfalt in den Perspektiven als eine Stärke versteht. Eine GWOP, die keine Kirche ist. Eine GWOP, die keine Dogmen kennt und keinen Papst braucht. Zweitens, ich will freie Debatten fördern, denn freie Debatten fördern das kritische Denken. Und das ist ja schließlich eine unserer ganz zentralen Aufgaben. Wir brauchen keine Tabuthemen. Wir brauchen keinen Binnenkonsens. Wir beugen uns keinem Druck von außen, dieses zu tun und jenes zu unterlassen. Und drittens, mir geht es um euch. Um die Interessen und Wünsche unserer Mitglieder. Ihr bestimmt die Themen der GWOP, weil ihr es seid, die diese Themen ausarbeitet. Eins ist mir ganz wichtig zu betonen. Alle Themen, die wir heute behandeln, haben ihren Platz. Lasst euch nichts anderes weismachen. Aber neue Themen, die dazukommen, haben auch ihren Platz. Das war in der GWOP auch eigentlich nie anders. Seit Gründung der GWOP sind viele neue Themen hinzugekommen. Nur wenn wir weiter offen sind für neue Themen, bleibt unsere Arbeit und bleibt unser Verein auch gesellschaftlich relevant. Ich wünsche mir eine GWOP, die gesund wächst, die einen guten Ruf hat als unbestechliche Institution, die den Fakten folgt und nicht irgendwelchen Moden oder Ideologien. Eine GWOP, die in den Medien und in der Gesellschaft gehört wird. Das ist der Kern für meine Kandidatur. Natürlich kann und will ich das nicht alleine machen. Es gibt bereits ein Kernteam, das gemeinsam mit mir den neuen Vorstand stellen will. Dieses Team werden wir in den nächsten Tagen vorstellen. Und außerdem werden wir ein ausführliches Konzept vorlegen. Ein Konzept für die Beilegung des Konflikts, für die Arbeit im Vorstand, ein Konzept für die Ausrichtung unseres Vereins und dafür, wie wir das Engagement von euch, von unseren Mitgliedern so fördern, dass möglichst viele Menschen von der Arbeit der GWOP profitieren können. Sprecht mich bitte an, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich auf diesen neuen Vorstand. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch einen neuen Kompass für die GWOP zu bauen. Mit Offenheit und Respekt und wissenschaftlicher Integrität als Leitprinzipien. Deshalb bitte ich euch, kommt zur Mitgliederversammlung, kommt am 11. Mai nach Augsburg und schenkt mir und meinem Team euer Vertrauen. Mit den besten skeptischen Grüßen, euer André.